Wir leben hot in hot Nein, Digga, ich krieg Cancer Ey, ja, mein Jungs, lass bitte dahin gehen Superstar Ich hab Bock auf bisschen Action, Digga, Superstar Boah, Digga, ich bin jetzt schon Cheerbreak Die haben es auf jeden Fall auf mich abgesehen Piss dich, Junge Du willst dich mit mir verhalten, ich lösche dich Digga, hier sind so viele, ne? Ich glaube, da ist doch ganz schön viel Action, wenn ich mir das so angucke hier Naja, die landen aber Ja, doch Stimmt, lass direkt unten rein Nein, ein Hit braucht doch noch die Sau Ey, Jungs Kall? Ja? Wo bist du? Ich bin auf dem Weg zu, ich hab mir kurz hier ne Wache geholt Hier oben ist nichts Hier oben ist nichts Hä? Ey, was ist das für ein Lut? Ey, was ist das für ein Lut? Hä? Oh! 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 Ich hab gerade zwei übel krass genockt Oh mein Gott Oh! Digga, es ist so dunkel, man sieht nichts Oh Gott! Wir haben schon genug Wir haben schon genug Lass direkt laut uns holen Da kommen noch mal welche Wo? Vor allem landen im Einsatzgebiet Würdest du auch Geld haben von mir noch? Am Auto, am Auto, am Auto Oh nein Oh nein Oh nein Der ist nach links abgehauen Oh! Na ja Du hast kassiert, Bro Ja, du hast kassiert, Bro Neh bei mir Komma, komm, komm, da warte ich Da find' ich mich Wo ist er? Rechts rum Ich hab heute keine Platz Nico, deck mal Sascha Ich komm, ich komm, ich komm Der ist weg, der ist weg Der ist weg. Vor Sascha. Vor dir Sascha. Ja. Was? Bitte helf! Was ist denn das, Philipp? Ist er dead? Ja, Digga, was aber was? Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Warte, komm, komm, komm. Sascha, lass doch, lass doch. Achso, du wurdest von links. Ich dachte, du machst es safe. Hey, was? Da kommt noch einer! Down! Ich hab alles hier so dunkel. Ich hab noch drei Platten noch. Ich hab drei Platten. Hallo. Ich brauche unbedingt. Ich brauche unbedingt. Können wir noch Geld shoppen für Platten, Jungs, dass ich holen kann? Ja, ich muss das. Ich brauche mit zum Dings. Oh mein Gott, Digga. Dahin wurde jemand gerestet? Bei der Lupe? Ja, lass da hingehen. Das ist ja unsere... Wir sind drauf. Oben auf dem Dach. G-Break. Ich brauche die Platten. Soll mal keine Platten finden? Ich könnte auf jeden Fall eine chillige Runde werden, wenn wir die jetzt gut spielen. Hier ist auch noch Platten im Bus. Hier ist noch eine. Okay. Ich kaufe eine UAV. noch einen hinter dem panzer ja ja bei mir noch grün im blauen haus ja selbst gedacht 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 fast nicht ganz ist hier im haus sind die ich weiß nicht ob das eine ist oder mehrere sind im haus weg mich soll ich wusste es gehen wir doch hoch sind auf jeden fall im haus das ist kein fenster vor mir jungs ja schrocken sind die weg oder was oder haben die da irgendwo drinnen in dem ding was hast du markiert lila ist ein ganzes team sascha woste platten lassen wir zum einkaufen gehen jungs das gleiche und dann zu lila gehen wo ist der scheiß einkaufswagen ich hab eine ue wie geholt wo seht ihr welche da oben auf dem dach jungs wollen wir links hochgehen Richtung damen ist es lila wo ich gepinkt habe kann sein wollen wir mit dem auto hinfahren oder wir sollen das machen oder wir machen jetzt noch drunter flusht die kommen jetzt gerade von hinten die grüne markierung kommt man ja noch eine drohne machen jetzt klopfen kann man noch haushauen hier sind mehrere teams landet der landet der landet der ist über uns der land noch einer oder oder war das landet der landet der landet der landet noch einer da ist ganz weit oben da lässt sich zeit wo ist er ich seh ich nicht mehr er ist auf mich zu geflogen wie superman und er hat so die kugel richtig so straight nach oben durchbekommen was dachte sich der denn jetzt ja ich fahre 10 mit pistol der dachte sich einfach nur suicidal geil man da ist ein snapper an der halle er hat mich. Locked. Ich bin down aber er bin in safe. Er hat wirklich hinter uns. Danke. Jungs vom gelben Haus, linke Seite vom Flughafen. Das fightet irgendjemand anders, da bei grüner Markierung. Ja, das bei grün, welchen wissen wir. Wo sind die anderen? Maxi, wo? Weiter rechts. Ich bin nicht mehr da, ich kann nicht pink. Guck mal kurz bei mir zu und sag mal wo. Blau und Pink. Ne, ich seh wo, ich seh wo. Ah ja, da. Blau und Pink an die Snipern. Noll. Hier, warte. Dawn. Genau da. Habe einen, K.O. Über, über mir hab ich genockt, über mir hab ich genockt, über mir hab ich genockt. Sascha, pass auf, über dir kann gleich gerest werden, ne? Ja, ja. Ich glaub, er wurde gerest, ja. Ja, er wurde gerest, Sascha. Oh, zwei Stück, zwei Stück, einer Shootbreak. Digga, wir müssen irgendwie Moven, Boys. Die Position, die wir hier haben, ist ganz, ganz scheiße, ne? Hey, wo ist Maxi, wo ist Maxi, Digga? Oh, fuck. Ja, ich dachte, ich krieg, als du das gecallt, safe and blowed. Einer wieder, K.O. Ich hab den Call danach direkt revidiert, Digga. Äh, kann einer von euch mich holen? Hihi. Boah, Pascal, von wo wurdest du genockt? Aber pass auf, bei grüner und blauer Markierung. Ey, Pascal, sorry, aber das ist echt zu risky, da jetzt hinzugehen, glaub ich. Das ist kein Alkohauswagen. Aber der einzige Alkohauswagen ist Openfield. Lkw hin, Leko. Boah, hab ich noch mehr auf den Regen, Digga. Ja, Sascha, was sollen wir machen? Sollen wir in ein Haus rein? Ich will am liebsten Maxi kaufen, ich will den Wagen neben Maxi kaufen. Und dann auf der anderen Straße halt schön. Boah, Dinger, aber da hinzukommen wird schon Stiermann. Hey, neben uns, neben uns, alle, neben uns, Sascha. Ja. Oder? Habe ich mich grad verguckt. Wurde nen Hit-Up bekommen, hast Niko? Ne, ne, der ist von weiter weg, aber ich dachte, ich hab grad neben uns mal gesehen. Ey, ihr dürft keinen killen, weil ich bin hier im Gulag und warte. Fehlt niemand in den nächsten 10 Sekunden. Alter, Pascal. Guys, watch this, watch this, guys, watch this, watch this, watch this, watch this, watch this, guys. Das ist doch das einzige Team, der noch. Der Wagen, der Wagen rechts wird uns... Niko, komm mal mit, bitte. Lass mal nicht in den Hallen schnell, das ist dumm. Es ist gut, ich bin raus. GULAG Sieger. Bei mir Klaus, bei mir Klaus, bei mir Klaus. Er wird schon beschlossen. Das kann nicht wahr sein. Was macht er denn hier? Jungs, du musst Sascha helfen. BTG hoch. Danke. Ihr wisst ihr. Sind sie tot alle? Nein. Die wird zetiert bei mir. 22 Meter rechts. Der muss im anderen Gebäude drin sein. Bei uns dann, noch einer. Der wird eine wie belebt, Jungs, bei euch, oder? Oh ja. Oh ja, bei mir drin. Der springt raus. Hier ist einer, über mir, bei mir. Ah fuck, Alter. Oh. Boah. Der ist direkt über mir bei einer. Fuck, Alter. Oh. Boah. Boah. Direkt über mir. Ekliger Typ. Wir müssen aber sowas von Moven, ja? Hinter uns noch einer. Was ist mit dem Furcht beim Auto? 2, 2, 2, 2, 2, 2. Eine down, eine down. Das kann nicht wahr sein. Ich schieße, ob der down geht, Mann. Oh nein. Oh nein. Wir sterben, wir sterben so. Wir sterben so. Das ist der, das ist das Ende der Runde. Das ist das Ende der Runde. Ey COD, bitte patch die RPGs raus, bitte. Es ist so unnötig, dass man das auf Menschen schießen kann. Es ist so unfair einfach, Digga. Ich verstehe, RPGs, Noobtubes waren in COD immer scheiße. Warum lässt man das immer drin? Es ist einfach schade, Digga. Es ist schade. Ich hätte die gerade easy gef***t, Digga. Ich hätte sie easy gef***t. Aber nein, man muss von so einem Müll getötet werden, wozu es einfach keinen Skill bedarf, Digga. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht.